Äh, ihr seht hässlich aus. Oh, hallo Schlangenwächter! Schlangewache! Yeah, komm her hier, komm in die Zelle! Habt ihr auch Angst vor den Viechern? Oder wie darf ich euer Weglaufen jetzt interpretieren? Robin hat dieses, hab ich vorhin wohl gesagt und hab dann... Wo rennt ihr denn? Robin hat dieses, hab ich wohl gesagt und hab dann aufgehört zu reden. Ah! Ihr habt also Angst vor den Viechern. Heil, bin auch wieder da. Hallo, Valentin. Ah! Guck mal, jetzt kommen sie wieder angedüst. Yeah, wir sind die Schlangen. Wir hassen alle, wir haben komische Köpfe. Wie soll ich denn das interpretieren? Die behinderten Schlangen von Hässlichkeit-Ness? Oder? Ah, guck mal. Die hängen da immer noch. Hä? Verpiss dich! Junge! Junge! Verzieh dich! Danke. Hey! Fall runter! Jung! Nein! Nein! Ich glaube, es war keine gute Idee, dass wir hier wieder runtergegangen... runtergegangen sind. Nein! Nein! Ich würde sagen, ich verziehe mich. Er ist da. Ja, die haben auch Angst vor dem Vieh. Vor den Viechern, meine ich. Das sind ja mal gruselige Gesellen. Na komm. Oh je. Ihr haltet mir ein bisschen zu viel aus. Wisst ihr? Ich bin ja eigentlich ganz nett und so, aber... Ihr seid scheiße. Was sollen die Aktion? Tschüss. Habt ihr Energie verloren? Ich glaube, diese Schlangenviecher... Äh... Die möchte ich umgehen. Kala. Punkt, 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 Punkt. Wir machen... einen Fehler. Ja, ich weiß, dass ich hier einen Fehler mache. Aber ist mir egal. Ich will, dass die Viecher hier erst sterben. Äh! Die verlieren dadurch Energie. Das passt schon, Tobi. Alles gewollt. Nein, wir müssen woanders hin erst. Ja, ich weiß, dass wir erst da unten in so eine Zelle müssen. Oder... So. Ist okay, Tobi. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich da nicht durch kann. Ich kann es mir gut vorstellen. Das ist so ein Zeitding. Da muss ich schneller als die Schlangen sein. Hallo? Sind sie auch heute hier? Haben sie auch Angst vor komischen Schlangen? Ich auch. Ja. Hilft ihr aber trotzdem nicht weiter. Ja, guck, weil hier ist verschlossen. Wusste ich doch. So. Ähm. Wo sind die Schlangen? Ich hoffe, wir sind hier nicht in der Nähe. Egal. Wir geben jetzt einfach Vollgas. Wir geben jetzt Dampf. Wir dampfen uns jetzt weg. So schaut es aus. Du musst zur Hydra. Ach, Tobi. Weißt du. Ich denke mir nur so. Yeah. Backstab. Kommen die Hydras jetzt hier rein? Die sind noch nicht unterwegs. Also, sehr gut. Dann kann ich mich ja weiter von Zelle zu Zelle durchmogeln. Ich denke mal, so ist das gewollt. Oh, shit. Ihr bleibt noch weg, ne? Ihr seid. Jawohl. Noch eine Zelle. Sicherheit. Hoffe ich. Ich hoffe, ich bin hier in Sicherheit. Wenn nicht, bin ich gearscht. Aua. Ich muss gleich die Wubbelfiecher anwubbeln. Du musst zur Hydra im Becken, die dich am Anfang mal gekillt hat. Ah, willst du mir sagen, Tobi, ich soll zum Leuchtfeuer und mich wegporten? Soll ich mich wegporten hier? Ich dachte, ich muss nach unten. Ah, okay. Lass mich noch das da unten sammeln. Danach gehe ich. Ja, voll hart in die Fresse. Jawohl. Hey. Hi. Der Extraschlüssel. Ey. Okay. Die Wubbelschlangen sind noch in ihrer Zelle. Oder besser, da unten. Wubbelt ihr euch gleich wieder weg? Nö. Ihr seid heute nicht zum Wubbeln aufgelegt, ne? Ja, ja. Die waren ja mal gruselig, ey. Gruselige Wubbelfiecher. Ehrenwerter Ritter. Oh Mann. Das ist creepy. Ich sehe da gerade was. Das interessiert mich jetzt doch. Solange die Schlangen nicht rauskommen, ist alles gut. Ist alles gut. Ich möchte ganz kurz was gucken, Tobi. Danach gehe ich natürlich. Nein, die Schlangen sind immer noch weg. Okay. Hier ist keine Leiter runter. Weil da unten ist irgendwo eine Seele oder so. Naja. Kommt vielleicht später. Hm. Okay. Ja, dann mache ich euch Gesellen aber trotzdem nochmal platt. Ihr habt mich vorhin ziemlich genervt. Nee. Oh Gott. Irgendwas ist hier noch. Oder war es das Leuchtfeuer, ey. Das klingt echt gruselig manchmal. Guck mal. Äh. Ah, guck mal. Da wäre dann die Leiter nach unten. Aber da will ich jetzt gar nicht hin. Also. Im Hydra-Becken. Die dich am Anfang mal gekillt hat. Genau. Die Hydra töten. Danach spielen neu. Starten. Eine. Einen goldenen. Golem töten. Mit der Person reden. Alles mit Ja beantworten. Und dann kannst du da weitermachen. Ach, die Hydra. Ach, komm, hör auf. Na gut. Oh. Tobi. Problem. Wir können uns mit dem, äh, Ding hier nicht. Porten. Ja, dann müssen wir hier weitermachen. Ob wir wollen oder nicht. Scheiße. Och, nee, ey. Ihr seid doch so scheiße. Danke für nichts. Ihr wollt euch echt mit mir anlegen? Na, dann macht's doch. So, dein Kollege ist auch schon runtergefallen. Wie wäre es denn mit dir? Tschüss. Dann beim nächsten. Ja, beim nächsten muss ich dann wohl runter. Hat sie irgendwo eine Leiter? Na, ich will doch nicht hin. Nee, nee, nee. Nee, irgendwie nicht. Aha, 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 aha. Aha. Gut, dann lass ich mich da hinten runter. Da scheint's wohl runter zu gehen. Ich will keinen Fall schaden. Habe ich trotzdem gekriegt. Oh je. Oh je. Äh, sagt mir nicht, dass da... Oh, nee, da unten sind die... Oh. Oh. Eine Schlange. Sagt mir nicht, dass direkt unter mir die... ekligen... Schlangen sind. Das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Ja, hallo, Herr Schlangenmann. Wenn ich da runtergehe, bin ich im Arsch. Hm. Das ist jetzt doof, ne? Das ist jetzt schon doof, dass ich mich da runter hab fallen lassen. Da sind zwei. Das Problem ist, sobald die in das Rohr pusten, kommen die Schlangen. Aber halt, die Schlangen sind noch eine Stufe weiter unten. Ich hab... Moment, kommt man da wirklich nur über die Leiter hoch? Da kommt man nur über die Leiter hoch. Oh Gott. Da kommt man nur über die Leiter hoch. Okay. Guck mal, mein Schatten schwebt. Das ist eine Chance, die ich hab. Eine kleine, aber es ist eine Chance. Ja, die Schlangen sind... Also, okay. Komm, was soll's. Ja, ich hab recht. Nein, ich bin tot. Nein. Hör auf mit der Scheiße. Nicht ins Rohr pusten. Nee. Ach so, da ist noch so einer. Das macht nicht so viel Spaß. Wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Tschüss. Ihr kommt hier echt alle hinterher, ne? Könnt ihr da runter? Geht ihr bitte mal... ...da weg. Werd ihr so... ...freundlich... Geht mal bitte, danke. Ach so. Sure, why not? Ihr... Ihr seid schon... Ihr seid euch bewusst, mit wem ihr euch... Ich find's ja klasse, dass er noch gestorben ist. Ähm... Leben die zwei? Ja, die zwei leben wieder. Oh shit. Ich muss da lang, Leute. Das ist der sicherste Weg. Da muss ich euch drei halt erst töten. Komm. Kommst du? Danke. Sehr freundlich von dir. Er opfert sich. Ist das toll. Du bist ziemlich doof. Block doch nicht alles, du dumme Sau. Der ist ja fast wie der Eber. Hallo? 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 Instakill? Und... Äh... Okay, das war kein Instakill. Aber fast. Das war ein Instakill. Okay, jetzt schaffen wir das auch mit... Mit viel Respekt vor dem Leben und dem Tod. Nicht. So. Und ich würde sagen... Ihr zwei Schlangenfuzzis, ihr müsst da weg. Kann einer von euch bitte mal rumlaufen und suchen? Bitte. Dass ich auf ihn drauf fallen kann. Nein? Ach, leckt mich. Oh, shit. Okay. Wisst ihr, Leute? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr? Manchmal möchte ich einfach nur meine Ruhe haben. Und manchmal... Manchmal... Oh, manchmal schleudert der Blitze. Und manchmal hasse ich euch wirklich. Und manchmal wirklich, wirklich. Manchmal so halb wirklich, und manchmal ganz wirklich. Wenn wenigstens der Kleine da mal sterben würde. Die Frau. Immer auf die Frauen und Kinder. Ja. Nein! Hey, ich bin auch noch ein... Ja gut, mit 19 ist man, glaube ich, kein Kind mehr. Gehe ich für euch noch als Kind durch? Komm, ich bin doch so klein. Ah, weggerollt. Ja. Like a pro gamer. Oh Gott. Nein. Du willst das nicht tun. Ich bin mir sicher, du willst das nicht tun. Nein, so sicher bin ich mir dann doch nicht. Ach, wisst ihr? Ihr habt scheiß Kombos drauf. Ihr seid scheiße. Sie sind scheiße. Richtig scheiße. Ich gehe jetzt die Treppe. Tschüss. Ignorier mich. Ignorier mich. Das einzige Problem wird nur, wenn jetzt gleich die Schlangen losgelassen werden. Oder... Ey, ich lande direkt bei den Schlangen. Shit! Ich lande direkt bei den Hässlichen. Egal. Probieren wir es. Was soll schon passieren? Vielleicht sind sie ja lieb. Wer weiß. Ich muss ja theoretisch nur die Leiter hochklettern. Aber ich glaube... Ich glaube, die finden das nicht witzig. Ich glaube, die ignorieren mich. Das macht ihr gut. Ihr Medusa-Viecher. Das macht ihr sehr gut. Ihr macht gar nichts. Das ist euer Job. Nichts tun. Ihr seht mich gar nicht. Ich könnte ja jetzt die Sonnenlichtmade aufziehen. Dann würde ich leuchten wie so ein Rumpelstielchen. Aber... Nö. 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 Ihr könnt mich mal. Siehst du mich? Komm mal mit runter, bitte. Richtig. Ich möchte auch nach unten. Du bist ein Arsch, ne? Du hast mir gerade meine Ausdauer geklaut. Komm. Ja, hier. Hallo. Idiot. Der ist noch nicht tot. Ich weiß es. Aber jetzt. Ja. Ich weiß gar nicht, wovor die anderen zwei jetzt geflohen sind. Die Viecher sind noch ganz harmlos. Wenn man ihnen nicht zu nahe kommt, ne? Dann... Alt wird man von selbst erwachsen werden erfordert etwas mehr Einsatz. Hey, das ist gut gesprochen. Ey, ich will erst deine Frau töten. Ich weiß, das ist deine Schwachstelle. Deine Frau. Die du mit deinem Bruder geteilt hast, weil es deine Schwester ist. Oh Gott. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie die sich jetzt angepisst fühlen. Ne? Dich mag keiner. Dich hasst jeder. Alle hassen dich. Ja. Tja. Ist sie tot, ne? Das würde mich auch aufregen. Inbevor Carla mag sowas. Nein, Tobi? Das hast du gesagt. So. Tja. Seid ihr alle drei gestorben? Ist aber schade. Nicht. Habt ihr... Da heult jemand. Oje. Ihr sagt bloß, ihr Schlang, ich seid da eingesperrt. Oh, es tut mir aber nicht leid. Ihr habt es verdient. Eine Riesen... Riesenschlüsseltür. Da liegt was. Da sind sie, die Schlangen. Ich sehe den Einfühler, ey. Ich muss nur den Fühler sehen und schon weiß ich es. Ähm... Ja. Ich will das ja theoretisch nicht machen. Also gucke ich lieber nochmal, ob es nicht eine Alternative gibt. Oder bitte. Aber... ono ist...